Moin Leute und Willkommen zurück zu ONE PIECE UNLIMITED WORLD RED. Ja, wir haben ja im letzten paar gesagt, dass wir diese Quests da annehmen. Ja, wir sind da wieder im Panker-Such. Hol dir die Items-Sturm-Rate 5. Ja, Zor ist ein guter Kämpfer. Er kann Dinge wie Bambus, die gegen Angriffe stumpfen, waffenimmun sind, kapfen. Halte R und drücke B, wenn wenigstens ein SP-Balken voll ist, um den AGRO-Modus zu starren. Im AGRO-Modus sind deine Angriffe stärker und erfolgen schneller, bis die SP-Anzeige erschöpft ist. Okay, jetzt will ich aber noch kurz seine Dingenskirchen-Skills anschauen. Also PEEP, dann 3 Schwerter-Dämonen-Sturm, der ist Ultratiger, ja. Und 4x Fegefeuer-Dämonen-Schnitt. Phönix, der 100 Begehr, äh, X bei Y-Combo. 2x X bei Y-Combo. 3x Y in der Luft, 4x X in der Luft, 4x Y großer Drache-Schock. 3x Y-Combo-Modus, ja. 4x Fegefeuer-Dämonen-Sturm-Schnitt. Oh, das ist ein Insektennetz, aber wie kann ich das einsetzen? Oh, das ist ein Insektennetz. Was sich hier nimmt, ist mir kein Problem. Was ist das? Oh, Moment, okay. Das hat doch... von Kurin klarer! Woo. Ach, egal. Ich frage mich immer noch, wie ich. Achso, und jetzt? Oh, ich auch. Komm her! Geht doch. Kreatur geworden. Was, 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 was? Wenn du etwas mit deinem Netz fängst, beginnt das Minispiel Käfer fangen. Äh. Äh. Äh, Moment, drücke Air auf den zweiten Controller-Win angezogen. Achso, das... Ja, okay, ich habe es jetzt nicht ganz gebückt. Wo ist es jetzt? Äh? Ja, komm, du kannst doch mal. Wie kann doch jetzt das Item wieder loswerden? So. Mit dem kann ich es auch? Die Angel zum Beispiel? Okay, komm, ich kann doch mitmachen. Äh. Kannst du auch umgreifen? Ja. Ja. Also. Bring die Energie ab Null. Okay, fangen. Geht doch. Ja. Kein Bonus. Du kannst mich mal. Ne. Was ist das jetzt? Sturmrotte. Okay, von diesen brauchen wir fünf Stück. Alles klar, Boss. Hier ist noch mal einer. Also, komm her. Also, komm schon. Gut. Bonus-Spiel. Und? Schon wieder kein Bonus? Oha. 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 Ich sagte, komm her. Ups. Okay, den haben wir wahrscheinlich nicht. Ach, schon wieder? Okay, okay. Das war jetzt recht. Heißig. Schaden plus Reisung. Reicht das? Jawoll. Gut. Es war ein bisschen peinlich jetzt, was, äh, die wir da gehandelt haben. Äh, hier ist noch mal eines. Anscheinend kommen wir da gar nicht mehr weiter, habe ich das Gefühl. Aber. Egal. So, jetzt aber. Ah. Okay, gut. Es muss nicht in der richtigen Reihe Folge sein, äh, wie man die Tasten da drückt. Oha. Es spielt überhaupt keine Rolle. Äh. Das war auch gut. Ah. Ah. Moment, was ist noch? Ah. 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 Gut. Ah. Ah. Ja. So, komm her, glaube ich, du bist der Letzte. Kommen wir jetzt automatisch aus dem Spiel? Also aus dieser Quest? Oder wie läuft das ganze ab? Abgeschlossen ok! Zeit... 5 Minuten... Das hätte nicht unbedingt so lange brauchen müssen aber ja! Rezept Octopus! Parfait? Also diese Wörter, die wir jetzt da bekommen, also die Fähigkeiten, muss ich die jetzt zuerst noch ausrüsten oder sind die jetzt automatisch aktiv? Das werden wir gleich sehen. Hoffe ich. Okay, es ist mir altmals wieder. Ich versteh mir noch nicht, wie wir da das Dings da ruppeln können, aber... Äh, egal. Äh, ja, bevor wir da die nächste Quest machen, will ich mich noch ein bisschen in der Stadt erkunden. Äh, äh, fair work. Boomo! Uraayama Seewai! Können wir... Nee. Ruff kann nicht schwimmen, wenn man kund, was passiert. Okay, gut, nicht viel. Ähm, können wir da... da rüber? Da vielleicht. Auch schon... Nee, nirgends kann ich da X drücken. Na gut. Na gut. Na gut. Wie ist denn auch alles registern? Ich hab mich die Ah, hier ein Ausrufezeichen. So sieht also eine Quest aus. Ah, Moment. Also, heisst das immer noch, dass ich das gleiche machen muss? Okay, ja. Es könnte sein, dass er noch eine weitere Quest für mich hat. Ah, könnte die Karte nicht auf dem Bildschirm selbst angezeigt werden? Sieht nicht so aus. Schade. Also, Taverne jetzt geradeaus. Und hier hinten gibt es noch irgendwo ein Ausrufezeichen, ob ich gerade gesehen habe. Was war das jetzt gerade? Egal. Hör auf. Hier irgendwo sollte es... Ah. Ja. Besuche den Garten, um auf dem Feld Samen zu pflanzen und Samen pflanzen zu ernten. Wähle den Garten Feld ansehen. Hm, gut. Ich will nicht anzeigen. Keine Samen im Besitz. Ja, dann gib mir welche. Ich mach jetzt halt immer so. Und das auch, ja. Und jetzt sollte ich... Ah. Die machen von jedem eines. Und jetzt... So. Gut, dann haben wir hier schon mal ein bisschen... Äh... Gärtner ist. Können wir das so sagen? Tönt komisch. Ist so. So, Taverne. Äh. Gasthaus. So, zuerst mal ausruhen. Weil ich hab irgendwie das Gefühl, dass es nicht automatisch speichelt. Aber... Ich möchte auch irren. Wir brauchen... Zwei Holzblöcke und zwei Schießpulver. Äh... Ja. Dann gehen wir doch jetzt zur Taverne und machen uns auf zur nächsten Quest. Äh... Ja. Prost. Bis, Lu. Okay, wir müssen also zuerst das machen. Besiegen den Gegner Dragon. Also, ist ja hoffentlich nicht Monkey D. Dragon gemeint. Das wäre sonst nicht gut. Ach ja, genau, was ich noch machen wollte. Was mit den Fähigkeiten. Also, hab ich doch was vergessen. Naja. Dann machen wir das nach diesem... Äh... Diese Quest. Zeitlimit 40 Minuten. Ja. Ja. Ups. Ups. Yusha. Yusha. Okay, gut. Sind wir halt schon hier. Wir haben den ja schon einmal besiegt eigentlich. Äh... Und zwar alleine. Und jetzt sind wir ja noch zu dritt. Oh. Okay, aber anscheinend ist er jetzt ein bisschen stärker. Ah, mir ist gerade aufgefallen. Unten rechts sehe ich ja... Ja, komm auf hier gerade. Und jetzt sind wir ja noch zu dritt. Und jetzt sind wir ja noch zu dritt. Und dann kommen wir ja noch zu dritt. Und dann sind wir ja noch zu dritt. Aua Wir müssen jetzt viermal Y loschen, eins, drei, vier, schutz, schutz Oh, schutz, doch Schutz Schon wieder zu spät, ah mein Gott So, zweimal Y Jetzt dreimal Y, einmal X Eins, zwei, drei Das war's doch Wieso hat's nicht Oh, der wird wohl nicht gut Ja, nehm das Was? Ja, na klar, der geht in die Luft Oh, das war's doch Oh, das war's doch nicht Oh, das war's doch nicht Das war's doch nicht Oh, komm runter Also, der ist auf jeden Fall viel stärker Eieieiei So, jetzt haben wir so einen komischen Break Was können wir da noch Biss Ja, also wenn der nicht runter kommt, dann hat uns das genau gar nichts genüßt Ich sehe genau gar nichts Oh Gott Oh, das ist doch Ich sehe genau gar nichts So, als nächstes viermal Y Also, ich habe da überhaupt keine Technik Irgendwie Ich habe jetzt ganz genau viermal Y gedrückt Eins, zwei, drei, vier Aber jetzt zeig's mir nicht an Jetzt hätte ich Ich hätte es geschafft Oder so Ja, natürlich, er geht wieder in die Luft Genau, wenn ich die Spezialattacke mache Ne, ist klar Oh man Eins, zwei, drei, vier Scheisse So, ich wusste gar nicht, wie der Reise verloren ist Ich kann das machen wie Ich bin Ja, gut Okay, effekt abgewehr Da, einmal Löpselann Gut, hat funktioniert Eins, drei, drei Hat nicht funktioniert Okay, es ging in die Luft Aber trotzdem Komm runter, ich will meine Speziale-Tranke machen Auf SC Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder mal einen Break geschafft So, komm runter, Dragon Ah, Schub Einmal Lips Dreimal Lips noch Kaffee Die Kaffee Wenn du Trenkst 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 Das war's für heute. Also das mit dem 4xY, das kriege ich einfach nicht hin, ersegnen. Ich habe echt keine Ahnung, wieso. Das wehe, er geht nicht durch. ... ... ... ... ... ... ... Ja ne leid! Huh, was ist jetzt los? Was ist das denn? Ich glaube, das ist ein guter Graphy. Ja, glaub ich sei es auch. Alter, ich drücke doch... ... ... ... ... ... ... Also mit X ist da jetzt nur kurz X gemeint? Ja, anscheinend schon. ... 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 sind. Äh, ja. Also in näherer Zukunft werde ich wohl unter Übel mit Ruffy spielen. Das geht mir einfach viel einfacher als mit Zoro. Äh, und mit Franky wahrscheinlich eh nie, da ich nicht gerne mit grossen Typen kämpfe. Also, das ist mir ganz ehrlich gesagt einfach zu unübersichtlich, aber naja. Auf jeden Fall beenden wir diesen Part jetzt mal hier. Also ich gehe da kurz noch in die das andere Dings da. Das Gasthaus. Und speichere das Spiel. Äh, ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also Leute, bis...